Ich höre auch schon die Rune. Wie überaus praktisch. Warum habe ich das Gefühl, der hat gleich irgendwelche Hunde hier? Gemücher des Foltermeisters. Der macht Sachen. Der hat einen Hund da, verdammt. Und der hat einen Outsiderschrein da. Hallo? What the fudge? Geh drauf, Alter. Ich glaube, es hackt. Stirb, Mann. Stirb. Alter, was geht denn bei dem? Wie hat der ausgeteilt? Hör mal. Und ich konnte den überhaupt nicht einschläfern. Den Hund einfach einmal draufgeschossen und dann lief das. Aber das? Alter. Heftig. Wolfshund. Der ist auch nur bewusstlos. Okay, den Foltermeister musste ich leider killen. Boah, was ein... Wie heftig. Das ist der Lord Regent. Der hängt da so. Hängt da so rum. Moment. Nein, egal. Der Outsider schreien. Hier bist du nun, Corvo. Inmitten der hohen Festung seines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lord Regenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut? Oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst? Oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du wieder Herstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reisen? Wie auch immer. Ich erwarte ein großes Spektakel. Mhm. Ist klar. Ich nicht. Liebster. 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 Oh, Liebster, Liebster. Unten im Keller ist es so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärest du hier? Würden sie schreien, nicht wahr? Komm mich noch einmal besuchen, dann gebe ich dir ein neues Geschenk. Geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konversation, doch ich liebe es, dir bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und ich erzähle dir Geschichten, solche Geschichten. Deine liebste Blumengräfin. What? Was geht denn bei denen hier? Äh, okay. Was hat das denn damit jetzt auf sich? Okay, ich gucke noch mal kurz ins Tagebuch. Haben wir alles Interessante? Ja, Moment. Shit, ich wollte noch... Ich wollte noch die Reichtümer hier klauen eigentlich. Wie mache ich das denn noch? Erzählung für Kinder? Das lese ich jetzt nicht. Das ist mir gerade ein bisschen zu doof. Moment, aber da geht es auch noch irgendwo hin. Das kann ich... Warum kann ich das denn nicht irgendwie lautlos? Verdammt. Vielleicht hätte ich erst durch die Tür gucken sollen, aber gut, es hat auch so geklappt. Ein Hund? Nice. Läuft der alleine hier rum? Mehr oder weniger, was? Hm. Das ist nicht schön. Hier liegt auch noch überall Kram rum. Was passiert, wenn ich das jetzt aufschlage? Und was passiert, wenn ich das da vorne aufschlage? Das ist irgendwie alles schlecht. Ich hätte es aber schon ganz gerne. Vielleicht? Weißt du was? Ne. Ich lasse den Kram, glaube ich... Ich will ihn nicht da lassen, verdammt. Warum bin ich nur so gierig? Das ist gut. Das könnte funktionieren hier. Oh. Shit. Na gut. Muss reichen. Muss reichen. Das muss erst mal reichen. So. Tja, wie komme ich jetzt an den Typen da hin? Ach, Moment. Den kann ich auch einfach beherrschen. Zumindest eben ging das. Auf der anderen Seite will ich den nicht beherrschen. Das kostet nur so zu viel Mana. Komme ich vielleicht auch irgendwie anders an den ran. Ist der hier hinter? Ja, nein. Shit. Den kann ich vielleicht da tatsächlich stehen lassen. Muss ich nur aufpassen. Oder ich kill ihn. Aber ich will ihn eigentlich nicht killen. Ich möchte eigentlich keine Leute killen. Hallo. Warum geht das nur mit killen? Da oben komme ich auch lang. Das Problem ist halt, dass ich die Dinger da gleich noch aufmachen möchte. Hm? Warum geht das nicht? What the fudge? Ähm. Das war jetzt nicht ganz so lautlos, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber hey, whatever. Oh. Eine Münze. So. Hat keiner gehört. Scheinbar nicht. Da ist noch ein Wahlöltank. Wo geht es denn hier hin? Ach du Scheiße. Hä? Was ist denn hier? Was geht denn hier? Der ist ein brutaler Hund. Er ist zahn wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. So. Hallo. Hallo. Kann ich ihn nicht er... Ich kann ihn nicht erhüben. Dann nicht. Dann nicht. Da ist erstmal gar nichts. Kann die Fliege mal... Hier... Hier ist so eine blöde Fliege bei mir gerade. Das nervt. Unglaublich. Okay. Da haben wir noch das. Hier bin ich jetzt aber trotzdem gerade nicht da, wo ich eigentlich ursprünglich mal hinwollte. Oh crap. Moment. Wenn die... Oh shit. Wenn die jetzt zu dem... Ich muss der hinterher. Ich muss der hinterher. Ich muss der hinterher. Oh crap. Halt. Wie er da so tot rumliegt. Das kann ich ihm leider nicht zulassen. Puh. Gut, dass ich da noch dran gedacht habe. Sonst hätte es hier unter Umständen gleich noch Alarm gegeben. Moment. Dem muss ich auch mal gerade schnell folgen. Oder besser gesagt, dem möchte ich schnell folgen. Vielleicht kann ich ihn jetzt ausschalten. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er? Dude? Dude? Wo ist der Typ hin? Hä? Oh. Hi. Ich muss dich mal leider gerade kurz erwürgen. Bleib mal da liegen. Genau. So sieht das gut aus. Langsam wird das hier echt sehr interessant. Und es wird immer mehr hier. Schlüssel zur Küche dann, Wolls. Oh. Habe ich da gerade was gehört? Ach. Hier bin ich jetzt. Oh. Das ist... Das ist so geil. Was man hier alles hätte für Wege gehen können. Krass. Ich liebe das. Ich liebe das an diesem Spiel. Diese... Haufenweise verschiedenen Wege. Kennen wir das schon? Jupp. Scheinbar schon. Ich hoffe, dass ich mich gerade nicht daran erinnern kann. Schutzraum. Ach. Sieh an. Da waren wir auch noch nicht, ne? Der Schutzraum. Wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Ist das der Schutzraum? Ist das der Schutzraum? Ich weiß. Cool. Ich weiß nicht, was das hier gerade aufmacht, aber Schutzraum. Passt schon. Okay, da kommen wir nur da so raus. Das ist, glaube ich, sogar noch... Da ist noch ein Typ. Weißt du was? Ach, scheiße. Da geht die Tür in die falsche Richtung auf. Na gut, dann bleibt das stehen. Passt schon. Plünderung in den jüngsten Zeiten. Okay, man war noch nicht. Plünderung in den jüngsten Zeiten. Auszug aus einem Brief, der in einem leeren Haus am Rand des Rudshaw Finanzbezirks gefunden wurde. Das Plündern begann in den Lagerhäusern, als die Arbeiter der Seuche erkrankten, mussten die Firmen den Betrieb einstellen. Mein Mann Melkes arbeitete für die Meiersonsche Tabakfabrik, die im letzten Jahr, im Monat der Clans, ihre Tore schloss. Er war für die Feuerstellen der Räucherhütten verantwortlich. Melkes sagte immer, dass Räucher... Ofenräuchern die Blätter am sü... Am süßesten machen würde. Bläh. Schlimm. Die Tabakfabriken machen durch die Seuche die größten Verluste, weil das Rauchen so beliebt ist. Eine Weile haben die Ver... Bah, ich kann gerade nicht lesen. Eine Weile haben sie die Fabrik mit einer kleinen Mannschaft am Laufen gehalten. Doch zu der Zeit, als mein Mann krank wurde, blieben die Feuerstellen aus und der Tabak begann zu verrotten. Irgendwie haben die diebe Wind davon bekommen und die ganze Fabrik ausgeräumt. Und dann haben sie das mit normalen Wohnhäusern gemacht. Diese Hunde. Hey, 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 hey ausschalten, wenn er sich dann umdreht und wieder in die andere Richtung geht, dann kann ich mir damit ganz viel ekligen Kram erscheinen. Der kommt ja wohl hier nicht um die Ecke. Gut. Hallo? Hallo? Ich hoffe, wenn ich hier wirklich alle ausgeschaltet habe, dann nervt mich keiner mehr dabei, die, ähm, die interessanten, uh, fall da bloß nicht runter, äh, sonst stirbst du noch, die, ähm, die Wertsachen zu klauen, also wenn ich das dann, das ist keine Wertsache, okay, wird ja sein können, wer weiß. Wo sind die anderen Wachen hin? Da ist noch eine Wache. Jetzt bin ich wieder hier. Ugh. Shit. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich das hier anfangen soll. Ich könnte versuchen, aber da ist, hm, da ist auch der Typ irgendwie und den kann ich, den kann ich beherrschen. Ich weiß nicht, warum ich den plötzlich beherrschen kann, aber plötzlich kann ich ihn beherrschen. Hi! Geht einmal. Töööö. Aber weißt du was, macht das, machen wir das einfach hier. So, ich glaube, hier kommt sowieso keiner mehr lang. Ist mir auch egal. Du wirst jetzt hier flott in die Ecke gepackt? Oh, shit. Okay, er hat es nicht gehört. Ich brauche gerade unglaublich viel Mana-Elixiere. Den kriege ich so wieder nicht. Das ist doch blöd. Die Tür geht wieder in die falsche Richtung auf. Ich wusste nicht, dass er weggeht, aber er geht weg. Ha! Genau im richtigen Moment auch. Pack dich da irgendwo in die Ecke. So haben wir hier noch irgendwelche Wertsachen. Irgendwie nervt mich diese Fähigkeit ein kleines bisschen, sie ständig benutzen zu müssen. Um irgendwelchen Kram zu sehen. Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Zack. Ich glaube, es hat keiner gehört. Okay. Das auch nicht. Das ist die einzige Frage noch, ob da irgendwas Interessantes ist. Da ist ein bisschen Erz. Was hat der Köter drin? Was hat der Köter drin? Was hat der Köter drin? Da er sonst willens schwach und ein Opfer der Kette meint ist. Zäume die lügende Zunge, die wie ein Funken im Mund eines Mannes ist. Er ist zwar klein, doch kann dieser einzelne Funken eine ganze Stadt wieder brennen. Den Vater einer Lüge wird eine Strafe ereilen. Die Größe wird mit jeder Person, die sie weitergibt. Zäume die umstehenden Füße, die es lieben, Grenzen zu überbrechen. Shit, wie mache ich das? Sie scheren sich nicht um die Grenzsteine auf den Feldern anderer Männer. Sie wandern in fremde Länder. Ihre Sohlen bei ihrer Rückkehr gestärzt von Ungerechtigkeit. Ich könnte versuchen, diese Fähigkeit mal zu benutzen. Oh shit, der Hund könnte mich gleich sehen. Wow, das war ja total crazy. Wie geil. Also ich habe sie jetzt beide getötet. Okay, das ist vielleicht nicht so schön, aber... Krasse Scheiße. Das habe ich irgendwie nicht erwartet, dass das so gut geht. Nicht schlecht. Achso, das sind die Gebote. Aufsehergesang. Nö, ich werde jetzt bestimmt nicht anfangen zu singen. Nein. Die Einflüsse des Outsiders. Bruder, mit besorgten Herzen antworte ich auf deinen Brief. Wenn dein Verdacht wahr ist, habe ich schlimmste Befürchtungen, wenn ich an die denke, die im Tower von Dunwall regieren. Obwohl ich erst kürzlich meine Differenz mit dem Orden beiliegen konnte, hoffe ich dich persönlich in dieser Sache beraten zu können. In deinem letzten Brief schreibst du, dass der Stumme, der als Foltermeister im Tower arbeitet, ein Nachfolger des Outsiders sein könnte. Er hat ein merkwürdiges Antlitz, seine Zunge ist verdreht und er kann nicht sprechen und ein Wolfshund ist sein ständiger Begleiter. Dazu kommen unverständliches Stöhnen und eine Litanei an sich wiederholenden Flüsterlauten, die man die ganze Nacht aus seinen Gemächern hört. Es scheint keinen Zweifel zu geben. Zuerst wollte ich es kaum glauben. Wie könnte jemand wie der Lord Regent, den ich so sehr respektiere, so etwas in seinem eigenen Haus nicht weiter untersuchen? Er muss doch die sieben Gebote befolgen. Nein, ich sehe ganz deutlich, wie sich die Puzzlestücke vor mir ineinander fügen. Ich muss dir sagen, dass alles mit einer Vision übereinstimmt, die eine unserer Schwestern aus dem Orden des Orakels hatte. Sie kam des Nachts zu mir und sprach, Stille verursacht Schmerzen und der Schatten eines Hundes folgt der Marionette des Outsiders. Deine Position im Tower war für unseren Orden äußerst nützlich und ist keine Schande, uns über die dortigen Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Irgendwie passt der Satz nicht. Habe ich das Gefühl. Als Aufseher ist es zuallererst deine Pflicht, sich Menschen vor den üblen Einflüssen des Outsiders zu bewahren. Sprich mit niemandem anderen darüber und warte auf meine Befehle. Ich frage mich, wie weit diese Korruption in den Tower von Dunwall hineinreicht. Martin hat sich ein Verbietscher und diese Korruption in denций festgehalten. Ich frage mich, wie schon auf jeden Fall. Ich frage mich, wie viele Leute, warte, 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 warte. Ich frage mich. Ich frage mich.